Grüß dich! Grüß dich, sagt man bei uns zu den Leuten, aber weil es alle wieder neue Mitbürger geht, können wir das oft nicht verstehen und lassen dich großlos stehen. Guten Tag, Servus oder Heil, heißt man dann oft gleich. Aber freundlich lächeln, das ist schön und kann jeder gut verstehen. Mit den Corona-Masken ist es nicht leicht. Da grüßt man jetzt anders vielleicht. Jetzt muss man die Leute füßt winken oder mit den Augen blinken. Die Kinder in der Pubertät finden das Grüßen oft recht blöd. Das geht vorbei, da ist man nicht bang. Nur sollten heute ist ein ganzes Leben lang. Ein herzliches Grüß Gott war wohl auch bei uns in Brixendolterbrach. Die meisten Leute in der heutigen Zeit haben mich dann aufrichtigem Gruß erfreut. Grüß dich, sag ich zu meinem Freund. Grüß dich, sag ich auch zu meinem Feind. Jeder Mann hat verdäubt einen Gruß. Wenn ich auch jemand nicht unbedingt einmal sehen muss. Für dich gut, heißt es beim Auseinandergehen. Die meisten Leute können das schon verstehen. Tschüss und tschau, sag mir weniger. Denn das passt zu Ihnen nicht her.